Ja, servus Leute, um was geht eigentlich ab? Gestern habe ich wieder ein super Spiel mit ihm da draußen gehabt. Wir haben Rocket League angezeigt, live auf Twitch. Ich habe mir gedacht, das Spiel war einfach so endgeil episch, dass ich es einfach auf YouTube hochladen muss. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Servus! Oh, und rückwärts raus Korn, und rückwärts raus. Jawohl, und rückwärts raus. Nein, nein, ich habe fast das Dürrl auch noch geschossen. Halt die Pappen, Alter, was ist denn jetzt abgegangen? Oh, der schrottet mich. Pass auf. Nein, der blockiert mich. Was füge ich denn auf? Da fahre ich nicht. Das Problem ist, ich gebe die ganze Zeit mit meinen Knien. Oh, komm, 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 komm. Nein, mit meinen Knien in Dauer ein Kick. Schau dir was an. Schau dir, es haut mich. Da, da, Andy. Hörst du? Du hast mich wieder geschossen. Komm, komm, komm. Das habe ich nicht geschossen. Nein. Nein, der haut den. Du, hast denn du es weggeholt? Nein. Komm, 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 komm. Ja, Mann, was für ein Tor. Ja, schön. Bist du behindert? Bist du behindert? Nein, ich rutsche da immer so runter, weil du scheiße. Du siehst von der hinten da. Schau da. Schon wieder haben sie es probiert, die Gebeln. Es muss immer da oben stehen bleiben. Wenn der oben weg ist, dann wird es vergessen. Nein, ich bin schon wieder da. Ja. Oh, 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 oh. Jawohl, 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 jawohl. Sehr schön. Ich würde noch einen kleinen Freit weggeben. Oh nein. Wir alle daneben Huffrutt. Wie komplett gescheuertet wollen. Jeder springt einfach daneben. Nein, der erwischt ihn. Nein, weg, weg, weg. Jawohl, mein Arsch. Irgendwie deppert rausgefallen. Nein. Nein, den habe ich jetzt versaut. Der kommt nämlich ja auch voll. Der kommt nämlich ja auch voll. Ja. Geh hinten. Boah ey, du schau dir das an. Geh. Was sind das alles für Arschdüren? Nein, ich habe gerade draufgehalten. Schau dir das an. Ja, ja, eh schon. Ja, weil die haben ja nicht einmal eins geschossen dabei. Nein. Das sind so Brunsertüren, was die rein haben. Ja. Hinten. Gut. Eigentlich habe ich die selber rein. Ich habe abgefasst zum Glück. Nein. Nachschlag, nachschlag. Nein. Das haben sie rein kurz. Scheiße. Ja. So. Kiewin. 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 So. Kiewin. 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 Na. Schau, keiner Panthor. Jawohl. Jawohl, und die Ugutle Scheiben gerade dazu. Nein. Was ist das für ein Lidsau, geil? Und aus die Osborn Nein, der haut sich wieder weg Zurück, alles zurück Nein, nein Nein Nein, nein, nein Jetzt könnte ich wieder Aussi Osborn Angeblich auf der Bühne mal der Playdermausg fressen hat Könnt ich jetzt hier irgendwie das Miku-Sra fressen Abbeißer, hinten Mal hier, Miku zu Miku Beißer Weg mit dem Huren Balder Nein, nein Nein, ja, ja Ja, jawoll Jawoll Vielleicht schaffen wir es noch Wirklich, jetzt voll hin, voll hin, voll pressen Scheiß drauf, voll was Voll was geht Ja, jawoll Drinnen ist er, drinnen ist er Ausgleich Ausgleich, Junge, Alter Ausgleich So, jetzt machen wir es Aber du hast, glaube ich, mich noch angestoßen Ja, hinten Ja, 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 ja Nein Aber BINGOOOOO Ja, 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 das ist der allerletzte Sekunde Jawoll, jawoll Jawoll, voll Geht da anspielen Gerade jetzt kommt der Solo, Leute Ja, jetzt kommt der Solo Ja, ich werde narisch Bist du behindert Das speichern wir Das speichern Ja Ja Ja